Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich so das Hauptthema, das du am meisten besprechen bei deinen Beratungen? Und wenn ich da ehrlich bin, ist das ganz klasse Thema Altersvorsorge. Das ist das Thema dritte Säule. Da gibt es auch die Möglichkeit, auf einer Bank etwas zu machen oder auf einer Versicherung. Und wenn du auf eine Bank gehst, heisst es natürlich, musst du es auf der Bank machen. Und wenn du zum Versicherungsagent gehst, heisst es, musst du es auf der Versicherung machen. Aber wer hat jetzt Recht oder wer hat Unrecht? Das ist wichtig, keiner von denen hat Unrecht, weil es sind beide Seiten gut. Wenn du gerne wissen willst, was für dich die optimale Lösung ist, dann melde dich bei uns und wir machen ein unverwendiges Kennenlerngespräch und schauen deine Situation zusammen an und schauen, wo du das beste Angebot hast.